Ein Tag im Büro Es ist Montagmorgen. Ich komme um 8 Uhr ins Büro. In der Küche hole ich mir einen Kaffee. Dann gehe ich zu meinem Schreibtisch. Ich schalte den Computer ein. Im Posteingang warten viele E-Mails auf mich. Ich brauche eine Stunde, um sie alle zu beantworten. Dann habe ich ein Meeting im Konferenzraum. Wir verteilen die Aufgaben für diese Woche. Ich habe diese Woche viel zu tun. Deshalb sitze ich bis zur Mittagspause an meinem Computer. In der Mittagspause gehe ich mit ein paar Kollegen essen. Wir gehen jeden Montag zur Pizzeria nebenan. Danach fahre ich zu einem Kunden. Hier habe ich ein langes Meeting. Ich muss dem Kunden viel erklären. Aber er ist zufrieden mit meiner Arbeit. Als ich zurückkomme, sind meine Kollegen schon in der Küche. Heute hat meine Chefin Geburtstag. Deshalb hat sie Kuchen mitgebracht. Ich beantworte noch schnell ein paar E-Mails. Dann schalte ich den Computer aus und gehe auch in die Küche. Für heute mache ich Feierabend. Ich kriege das zweite Inter概 screamed. Dann schalte ich in die Küche.